Einundzwanzig. Smalltalk, zwei. Where do you come from? Woher kommen Sie? From Basel. Aus Basel. Aus Basel. Basel liegt in der Schweiz. May I introduce Mr. Miller? Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen? He is a foreigner. Er ist Ausländer. Er ist Ausländer. Er ist Ausländer. He speaks several languages. Er spricht mehrere Sprachen. Er spricht mehrere Sprachen. Are you here for the first time? Sind Sie zum ersten Mal hier? No, I was here once last year. Nein, ich war schon letztes Jahr hier. Nein, ich war schon letztes Jahr hier. Only for a week, though. Aber nur eine Woche lang. Aber nur eine Woche lang. Wie gefällt es Ihnen bei uns? Wie gefällt es Ihnen bei uns? A lot. The people are nice. Sehr gut. Die Leute sind nett. Sehr gut. Die Leute sind nett. Und die Landschaft gefällt mir auch. What is your profession? Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? I am a translator. Ich bin Übersetzer. I translate books. Ich übersetze Bücher. Are you alone here? Sind Sie allein hier? Sind Sie allein hier? No. My husband is also here. Nein. Meine Frau, mein Mann ist auch hier. Nein. Meine Frau, mein Mann ist auch hier. And those are my two children. Und dort sind meine beiden Kinder. Und dort sind meine beiden Kinder. Und eres... Undiza. Die Frage. Und hier bin ich ist. Dasselени Mal. Wenn ich sie widers recognise. Eng�을. Und da? Wen. Ich bin.